Sachen sind gepackt und jetzt laufen wir zurück nach unten. Man sieht so ein bisschen, dass langsam schmilzt. Dass der Schnee langsam schmilzt. Seht ihr dieses Wasser hier? Das kann meine Schuhe nass machen. Ein falscher Schritt und dann fällt man ganz tief hier weit runter. Ich bin dann nicht runtergefallen. Je tiefer wir runter laufen, desto weniger liegt dieses weiße Zeug hier rum, was wir schon öfters belästigt hat. Also wir sind in Garmisch-Partenkirchen angekommen und von da oben kommen wir runter. Ja.